Ich hatte erst überlegt, ob ich Scanny nicht sage, aber ich glaube, ich werde Scanny sagen, dass ich ein verurteilter Mörder bin und will dann mal seine Reaktion sehen, wie er denn zu mir steht. Clementine weiß es ja eigentlich schon. Ich guck mal, ob ich es dir nochmal sagen kann. Hey Clementine. Hey Lee. Was machst du da? Was machst du da? Was machst du da, Clem? Gefällt es dir hier? Gefällt es dir hier? Ich mag es hier nicht. Willst du gehen? Wo gehen wir? Somewhere anders. Ich weiß nicht. Vielleicht, wenn ich weiss, wo ich weiß. Ja, das wäre ein gutes Ding, zu wissen. Ah ja, ich musste was sagen. Clementine. Okay. Clem, ich muss euch noch einen Sekunden sprechen. Okidoki. Äh, ich war auf dem Weg ins Gefängnis. Das Tag, als wir uns und ich haben, war ich in einem Auto-Aufzellung. Ich erinnere mich, dass euer Fuß blieb. Oh, jetzt guckt die. Oh, jetzt guckt die ganz traurig. Ich hab's versaut. So, ihr beiden. Katja. Hey, ihr zwei. Wie geht's? Wir sind okay. Nur ein bisschen Spat. Wir tragen jetzt alle Schäden und ich mag es nicht. Es ist wie es muss sein. Ich weiß, aber ich bin nicht dran. Ich bin sorry. Wie geht's, Lee? Erstmal reden wir mit Katja darüber, würde ich sagen. Kann ich dich über etwas sprechen? Natürlich. Ist alles okay? Der Kenny ist mal wieder misstrauisch. Ich war auf dem Weg ins Gefängnis. Ich finde, das ist die schönste Methode, das zu erklären. Ich war, uh, auf mein Weg zu prison drei Monate später. Du hast immer mich mit kinden Augenblick gesehen. Ich weiß, ob du immer noch das tun kannst, wenn du, uh, ich war ein Verrückter. Mein Gott, für was? Wie viel Probleme kann ein Lehrer in die Schule kommen? Well, plenty. Aber es hat nichts zu tun mit dem. Es war für ein Verlück. Warum? Er und meine Frau, uh... Das ist genug. Tell mir, was passiert, wenn du in der Frigge in der Frigge warst. In der Dairy. Ah, oh, ah, das ist ja jetzt... Nein, echt? Oh nein, ich kann... Na, okay. Oder? Sagen wir es ihr? Ja. So. Ich glaube, das war jetzt nicht gut, dass wir das gesagt haben. Scheiße. Ach man, alles geht kaputt bei dieser... Bei dieser Welt jetzt hier. So, Kenny, du bist jetzt auch dran. So, Kenny. Kenny, du hast einen Moment? Ich muss dir etwas erzählen. Ja? Was hast du denn? Okay, ich glaube, Kenny ist jetzt... Okay, ich muss jetzt sitzen. Komm schon. Ich war auf dem Weg ins Gefängnis. Ich war, uh... ...on my way to prison three months ago. No shit. No shit. Wasn't for touching kids, was it? No, it wasn't. Because we got two here. I killed a guy in a fight. Should I be worried, there's anything else in your past, that's gonna come out? No. Good. But you should know. If we got to make numbers when it comes to a boat, this is gonna matter. Aha, okay. So, Kenny. Ja. Ben, Ben, du darfst auch wissen. What's up, Lee? Ich muss dir was sagen. Hey, Ben, ich muss dir etwas erzählen. Shirley? Ist es über meine Beine? Ich versuche, einen guten Job. Du machst alles gut. Ach, komm, jetzt hauen wir es einfach raus. Ich bin, äh... Ich bin ein verletzter Mörderer. Wow, wirklich? Warum würde ich so schlafen? Ich weiß nicht, ähm... Wow. Du bist ein Teil dieser Gruppe und du sollst wissen. Ich habe nie einen Mörderer vorher kennengelernt. Well, ich habe nicht, ich meine... Ich weiß, was du bedeutet. Danke, dass du mir vertraust. Ich... Äh, ich... Ben, relax. Okay. Okay, ähm... So, Lilly weiß es... Carly weiß es eh. Wohnmobby anschauen brauchen wir nicht. Ähm... Wo ist denn der Kleine? Hallo? Guck mal mal, wo der hin ist. Dann habe ich es auch schon fast allen erzählt. Oh, hier kann ich nicht lang. Naja, der schläft bestimmt. Lebt der noch? Doch, der dürfte noch leben, oder? Ja, der lebt noch. So, gehen wir mal wieder nach oben zu Carly. Wir haben es jetzt allen gesagt. Ich, äh... habe ich mit Kenny gesprochen, über wer ich bin. Und? Ich weiß nicht. Es fühlt sich, dass ich ihm nur Anmeldung gegeben habe. Wenn wir überhaupt keine schwierige Entscheidungen machen müssen, wenn es zu einer Kopfschwung kommt. Hm. Ah. Also, keine Ahnung. Ich habe mit Katja gesprochen. Wie hat sie es genommen? Sie war gut, ich glaube. Ich denke, sie ist mehr über Kenny. Von St. John's? Was genau hat er da genau gemacht? Äh, nichts anderes. Ich habe es mir jetzt angefangen. Ich habe mit Clementine gesprochen, über die Dinge. Wie hat sie das gemacht? Ich weiß nicht. Sie ist schwer zu lesen. Sie hat dich lieb. Ich habe mit dem Ben erzählt. Ich habe mit Ben erzählt. Du hast Ben erzählt? Wann hast du ihn? Lass ein Risiko. Ich glaube, er wusste nicht, was mit der Informationen zu tun. Nicht sogar ein bisschen. Er ist einfach glücklich, dass ich ihm etwas gesagt habe. Ich spreche mit dir später. Ich spreche mit dir später. Wir müssen jetzt auch noch mal mit Lily sprechen. Und mal gucken, was hier los ist mit den Vorräten. Wo die denn hin sind und wer die klaut. Weil dann ist Kenny für mich unten durch. Fliegt da raus aus der Gruppe. Ich bin sorry. Du musst nicht entspringen. Wann kamen Sie hier, um mir die Hölle zu geben oder um mich zu kodeln? Ich wollte auf die Vorräte fragen. Ich wollte eine Folge auf, was du gesagt hast, über die Verlusten. Wissen Sie, was passiert ist? Ich habe nicht. Ich habe nur gehört, dass du es erwähnt hast. Dinge sind missing. Und ich könnte deine Hilfe nutzen. Es ist ein Traitor. Niemand. Einer von uns. Out there. Er oder sie oder sie haben Dinge genommen. Was hast du für Anhaltspunkte? Für real. Wer? Was hast du? Ja, für real. And I don't have shit. I just know. Lilly. Counts off and it's the good stuff. Antibiotics, oxy, fuck, anything with opium in it. I see the count and it's fine. I keep my own. That one's getting messed with. I'm a fucking mess right now, but I'm not stupid. I know what happens if I start a witch hunt. So you want me to start one? I want you to poke around. Oh nein. What's there to go on? I found this tossed into the garbage. Huh. We don't toss out equipment. We fix it. You'd only try to get rid of a flashlight if you're using it when you shouldn't. Aha. Du scheinst also zur Luft zu greifen. Seems like you're manufacturing this from nothing. Probe me wrong. I'd really appreciate it. Lilly wird sich das merken. Okay. A mystery. Jesus, Doc. I'm sorry. I heard you guys talking. You need to unhear all of that. Can I help? Nein. What did I just say? You're the greatest detective and I can be Dick Grayson. You're Ward. Mündel? That's Robin. I know who it is. Erzählen sie niemand. Gut, du bist Robin. Fertig. Okay, you're Robin. What do I do? Schlafen. I don't know. Go look around. Let me know if you find anything weird. I'm on the case. So. So, wir haben eine kaputte Taschenlampe. Was sollen wir denn damit jetzt anfangen? Die war im Müll. Also ich verdächtige auf jeden Fall Kenny und Katja. Ähm. Oh, schönes Bild. Glasscherben. Ah. There's some broken glass on the ground there. Ah, sehr schön. Ist hier irgendwas? Nein. Nehmen wir das mal? Oh, das passt. Okay. Ein Kreuz an der Wand. There's something drawn there. Hm. Chalk. Pink. Hm. Duck. A clue. Maybe. What do you think it is? I don't think it's anything. Maybe it's a sign. It could be. It's pink chalk, which is weird. Okay. Back to investigating. Okay, die Kreide dürfte Clementine gehören. Ähm. Ich hätte Duck einfach sagen sollen, er macht nicht mit. Der versaut mir glaube ich noch die ganze Aktion hier. Ähm. Oh, wir können sie ansprechen auf das Kreuz. Ich frage aber erst mal Clementine. Hey Clementine. Hey Lee. Do, uh, you have any pink chalk? No. It's gone somewhere. Hm. Ah, okay. Do you want blue? No, no, it's okay. Psst. Lee. I found something. What is it? I found this piece of pink chalk and a scuff of it over by the gate. Really? Totally. I was coming to see him for clues and... Yeah, Duck, I got it. Good job. Ach komm, hier abklatschen. Cool. Er findet mich super klasse. Hmmmm. Ja, zeigen wir ihm die Taschenlampe? Äh, das ist vielleicht ein bisschen riskant. Machen wir... Ah. Mortar. Ah, das habe ich jetzt gerade erst gesehen. Dann gehen wir mal kurz hier durch. Oder gucken wir mal durch. Ah, da hat jemand eine Spur gemacht. Oh, Gott. Somebody was over here too. See, I did good, huh? Ja, Duck. Ja, Duck. Du hast es gemacht. Ich denke, ich sollte raus und nachher schauen. Du bleibst hier diese Zeit. Geräusche. Okay. So, gehen wir mal raus und guck mal, wo die Spur hingeht. Ha. Das war es auch schon mit der Spur. Ah, schauen wir mal, was hier draußen so ist. Zaun anschauen. Oh, was haben wir denn hier? Oh, das ist krass. Das ist wirklich krass. Oh, das ist krass. Das ist so gut. Oh, jetzt. Nein, die wurden mit Medikamenten bezahlt. Äh, warum tut ihr das? Was wollt ihr von uns? Oh, nein, nein, nein. Oh, nein, nein, nein. Das ist so. Oh, nein, 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 nein. Oh, jetzt hab ich... Oh, fuck. Fuck. Ben, Ben, Ben. Oh, da war ein heller Ball. Oh, fuck. Oh, das ist ein bisschen verpackt gerade. Nein. Was für ein Bug. Ich komm nicht mehr raus aus dem Zoom. Sorry Leute, wir haben gerade jetzt nur noch die Sicht. So. Ah, jetzt können wir wieder. Ah, jetzt können wir wieder. Lol, lol. Da hab ich noch getroffen. Oh, oh, da kommt ein Zombie. Ein Walker. Nein. Nein, Cutter, du wurdest jetzt nicht gebissen, oder? Carly. Das mit dem Aiming ist sehr lustig hier gemacht. Aber... Es rappt es auf. So. Unmobil läuft. Lilly muss jetzt noch reinkommen. Lilly, letzte Chance. Geht hier runter. Shit. Sehr nice. Kat, Jesus, bist du okay? Ich bin gut. 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 Alles ist gut. Alles ist gut, Ben. Alles ist nicht gut. Wir müssen herausfinden, wie das passiert. Wir haben einfach alles verloren. Wir sind gut. Wir sind glücklich, dass wir diesen RV haben. Und niemand stirbt. Ich bin gut. Ich bin gut. Niemand in hier hat das gemacht. Entschuldigung, da hinten. Die Bandits haben unsere Nummer für Wochenende. Das ist anders. Somebody was working with them. Whoever it was was slipping them our meds. They didn't get their last package, so they attacked. Calm down back there. That's nuts. Lilly found a bag of supplies hidden outside the wall. Es ist wahr. So. Carly. Is there something you want to say? Please. We have to get it out of you, then. Back off. You are in no position to make demands. Woah, woah, woah. Oh, you're just pointing fingers. I didn't just come up with this. I've had my suspicions. Why her? It seems like a stab in the dark, Lily. She's always so eager to see what supplies we found. She never talks about her family. She could be related to those bastards for all we know. Woah, my family's not a bunch of meth riddled forest people. They're fucking Muthrin. You're not saying it wasn't you. It wasn't me. Like, look. Maybe we should vote or something like that. Vote? What? Just look. Carly's a stand-up girl and maybe this was all just a mistake. We need to look at the facts. Let's calm down. We'll eat and we'll deal with it. Yeah, let's do that. Let me stop waving the finger at everybody. I know something's going on and we can get to the bottom of it if we keep our heads. I know what we found. I know, Lily. I know. Nobody was stealing anything. Was it both of you? What? I've seen you two together. Was it both of you? Look, just let me out. I didn't do it, but I don't like this. I don't like where it's headed. Look me in the eyes and tell me you didn't have anything to do with it. Lily, lay off of him. I... Shit. What's going on up there? I hit something. We got to stop. Alright. Well, we can deal with this now then. Lily braucht unbedingt schlafen. Sie ist komplett fertig. Ich glaub, die kann nicht mehr klar denken. Kitty. Is it safe? Should be. Everybody out. Lily. Out. Oh, das kann nicht gut gehen. Kenny. The rv has some surface damage, but there's a walker trapped underneath. God damn it. Everyone keep your eyes peeled. Du weißt was, wir sollten nicht nur dich abschneiden. Wir sollten hören, was jeder denkt. Ich denke, du sollst dich abschneiden. Ich werde das nicht nehmen. Du kannst Ben überraschen, aber du kannst mich nicht überraschen. Ich bin wirklich sorry, dass du das fühlst. Ich beginne zu denken, dass ich vielleicht beide sind. Äh, ich... Äh, Wunker, es war jemand. Ich mach das nicht für dich. Ich mach das nicht für dich. Ich mach das nicht für dich. Nein, jetzt müssen wir jemanden rausschmeißen. Wir sind hier auf der Seite der Runde. Okay, dann gut. Kenny? Ich weiß nicht. Scheiße, einfach stopp, würdest du? Na ja, für dich und Katja. Wir brauchen nicht alle diese Verte. Was muss ich tun, um mich zu vertrauen? Ich werde alles machen. Ich werde... ich werde für Monate machen. Ha, in der Hölle, du wirst. Ich bekomme mehr Essen, mehr Medizin. Alles, alles. Du denkst, dass das alles gut ist? Das ist verletzt, Lilly. Ich kann das sehen. Was? Ich sag, ich war's. Boah! 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 Das war jetzt krass. Das war jetzt krass. Ich denke, du bist ein echtes Stück von Scheiße. Aber ich weiß, es war nicht du. Nicht mit ihr in deinem Leben. Da! Ich habe ihn. Lass uns nur zurück in die Armee gehen. Das ist nicht passiert. Du denkst, du bist ein schwerer B****, nicht? Wie, nichts kann dich verletzen. Aber du bist nur eine schaffte kleine Mädchen. Geht die F*** über mich. Geht die F*** von diesem Buch und versucht jemanden zu helfen. Geht die F*** über mich. Nein! Nein!